so ja jetzt habe ich ja hier das problem dass sie wieder nichts machen kann ich brauche hilfe ich kann nichts machen ich brauche einen explosionskern ja 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 so machen sehr schön ich weiß die rein bin ich jetzt schon mal die erste ich glaube vier oder sowas sind es ja schau das weiß was du mal das wegrollen da ja gut das bringt mir noch nichts so einmal noch mit der einen und na los da ist er sehr schön gut dass hier der boss wie man gerade gesehen hat resettet wird eigentlich ich bin ich schon mal ein bisschen schaden machen ja ja ich glaube ich muss erstmal komplett leer ballern bis ich das nächste krieg nicht oder auch nicht jetzt dann war noch was gefunden noch was gefunden ist sehr schön und das xd naja gut geht ich gucke mir auch nicht mal wie viel er ist das geht jetzt Nein. Ein noch bitte. Boah, shit Fuck Ja, jetzt in Auer Hoffe ich Ja Gut Was war's sein Sehr schön Und los geht's Die letzten Battles Und los geht's Nein Ah, fast getroffen Und los geht's Und los geht's Hä, wasser So, oh shit Ich bin die Schlange da. So. Boah, die ist schon aus. Ups. Ups. Aye, 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 aye. Ach komm, das ist jetzt Witz. Verdammte Scheiße. Toll, wieder festgepresst, ey. Das war ja auch vielleicht schon bei mir genauso auf dem her. Mei, oh mei. Geht doch, Alter. Oh, shit. Oh, fuck. Wieder kommst du aber auch nicht mehr weg, ne? Wie man nicht sieht. Woah. Hey, 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 hey. Oh, okay. Watch the science team. Oh, man? Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Hey, hey, hey. Ne, oder? Ey, also lange, sie geht mir gerade wieder um Pissier. Wow. Wow. Gut, das war es wieder knapp. Ach, mein Gott. Boah, was ist denn das? 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 Boah, nein. Boah, dieses dämliche Schild. Wer stellt denn das dahin? Boah. 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 Nein. Boah. Boah. Nein. Nein, 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 nein. Ah, okay. Okay. Darla. Puh. Puh. Wow. Meier, meier, meier. Na komm schon. Oh, Gott sei Dank. Oh, leck's mich im Arsch. Krass. Endlich. Ja, soll ziemlich wehtun. Hä? 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 Fetch, Eugene und mir. Zwei Wochen lang hatte Augustine Seattle in der Hand. Jetzt waren wir dran. Und wer sollte uns schon aufhalten? Und die Unmengen von Conduits, die Augustine in Curden Cay Station eingesperrt hat? Ich werde jedem Einzelnen von ihnen beim Hinausgehen die Hand schütteln. So viele verschiedene Kräfte, alle an einem einzigen Ort. Es wird ein richtiges Fest für mich. Aber zuerst musste ich mich um ein Versprechen kümmern. War ja fast klar, dass von allen die Kräfte einsammeln. Hey, Ecomish Nation! Der Lokalheld ist zurück! Betty, hallo! Wow, 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 langsam. Was? Ich bin hier, um alle zu retten. In den Nachrichten haben sie alles gebracht. Ich habe alles gesehen. Okay, okay, hör zu. Ich habe gesehen, wie du Dutzende von Unschuldigen umgebracht hast. Was hätte ich denn tun sollen? Okay, okay, nichts und niemand sollte mich abhalten, wieder zu dir zurückzukommen. Ich wollte alle retten. Wir sind Acomish. Wir schützen unsere Leute, oder? Hey, 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 ganz ruhig. Tja. Du entehrst unseren ganzen Stamm. Du entehrst unsere Vorfahren. Und du entehrst das Andenken an deinen Bruder. Du bist keiner komisch. Nicht mehr. Oha, bitteres Ende. Bäm. Und alle anderen hier. Ihr sterbt ohne mich. Oder habt ihr das vergessen? Das haben wir nicht. Und wir werden es nie vergessen. Bäm. Okay. Also mit dem hätte ich jetzt mal nicht gerechnet. So, ne. Zerstört alles, oh lord. Wohl ja. Pling. Dominanz. Sehr schön. Gut. Also ich glaube jetzt mal, äh, ja. Wurde genauso sein wie beim Ostendurchgang auch, dass hier also bei der Abspanne abläuft. Wollt, machen wir jetzt eine Pause. So. Und danach dann die ganzen Trophäen aufploppen. Und das heißt, ich werde einfach jetzt mal kurz den Vorspann laufen lassen. Und wir sehen uns dann gleich wieder, ne. Also schön dranbleiben. Bis gleich. So, da sind wir jetzt auch schon wieder. Der Abspann ist durch. Und man sieht jetzt auch hier wieder den herzlichen Glückwunsch, äh, ja, Banner. Genösel. Bestelle ich jetzt einfach mal mit X. So. Und jetzt sollten eigentlich alle Trophys aufploppen, damit ich das Game of Platin habe. So. Einmal Rebellion. Sehr schön. Einmal Unerfahrtsam. Sehr schön. Und. Bäm. Wunderbare Kräfte. Da ist ja die Platin. Geil. Ja, cool. Nice. Soweit, äh, würde ich meinen, hat sich das Game hier jetzt hier auch für mich schon mal, ähm, schon mal erledigt. Und da es natürlich auch keinen Multiplayer-Part hat für euch. So gesehen leider auch. Äh, ja. Bei helfen kann ich euch da da groß Licht in dem Game. Aber würde mich natürlich ganz klar freuen, wenn ihr bei einem anderen Let's Play beziehungsweise eventuell bei einem Trophytipp mit dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch was. Na, hatte die Ohren steif. Bis demnächst. Haut rein. Servus. Ciao. Ciao.